Musik Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten, Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. So wollen wir jetzt heute miteinander die Dings, die Dings abschließen, die Hingabe nur wenig, Entschuldigung, wir fallen die Worte schon gar nicht mehr ein, die Hingabe nur wenig abschließen, nämlich neunter Tag, hab keine Angst, hab keine Angst, ich werde sorgen. Du wirst meinen Namen preisen, indem du dich demütigst. Tausend Gebete zählen nicht so viel wie ein einziger Akt der Hingabe. Merkt es euch gut. Es gibt keine wirksamere Novene als diese. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und das wollen wir jetzt wieder miteinander beten. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sage du. 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 O Jesus, ich vertraue auf dich. O Jesus, ich vertraue auf Dich. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach Deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du. O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du. O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du. O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du. Und ich werde sorgen, Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen.